Ahoi! Willkommen bei den Aufi-Eclips! Da ist er! Feuer frei! Reichtum, Macht und Ruhm! Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Captain Calvin! Der König der Piraten! Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte... Ah, was macht ihr Leichtmatt-Hosen da? Beim Klabautermann, das werdet ihr bereuen! Dieser Schatz sind die AO4-Eclips! Damit brach das große Piraten-Zeitalter an! Läuft denn nur noch Schrott im TV? Oh Junge, meine Lieblingssendung läuft! Oh! Falscher Sender! Oh! Falscher Sender! Oh! Falscher Sender! Das ist alles fertig! Die Nichts mit Piraten! Tschüss Captain Calvin! Die besten Ninjas sind die dicken Ninjas! Warum, fragst du? Gegenfrage, hast du schon mal einen dicken Ninja gesehen? Nein! Das siehst du mal, wie gut die sind! Hat er sich jetzt auf Fanit gefühlt? Ich weiß es nicht! Glaubst du, Kevin ist endlich an Ninjas? Ja, ich habe ihn schon mal gesehen, also wäre er kein guter! Vielleicht war er gerade nicht in seiner Rolle! Warum sieht man Dalmatiner nie an der Kasse stehen? Die haben schon alle Punkte! Bestimmt bezahlen müssen die doch wahrscheinlich auch nicht! Wie mache ich schwarzen Farbstoff? Äh, mit Tintensäcken! Mit Leuten aus Afrika! Okay, Colin! Okay, Colin! Wir haben einen Mixer und ähm... Die schmecken gut! Ihr Mensch! Stimmt! Was ist denn da schon wieder? Das Pferd! Hallo! Hä? Hat uns das Pferd gerammt? What the fuck? Was passiert? Ähm... Was? Yes! Froher Bin! Dein 25! Ulti, 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 Ulti! Wow! Let's go over, let's go! Let's go over, let's go! Wir zwei zu haaah! Ein Gott's auf fahr! I did in the end! We can't do that! We can't do that! We can't do that! Das ist auch nicht schön! We can't do that all! Lass mal aufgeben! Yes! Das ist Kanon! Das ist so der Kanon! Sehr gutes Timing, Loki! Kevin, sing mal Bruder Jakob! Bruder Jakob! Heißt du Kevin? Du hast da noch viel übernicht gemerkt! Ich bin halb am pinnen gewesen! Ich hab nicht mal bekommen, dass wir auch noch einen testen! Ich schenk grad nicht, was das Video ist und was ihr seid! Ich bin Spiel! Ach ja... Äh... Äh... Hast du jetzt Angst vor uns, du Pisser? Du Pisser... Komm hoch, du Pisser! Sollen wir das nochmal machen? Hast du den Traubertrick gesehen? Guck mal! Ja... Oh... Hehehehe... 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 Fuss... Buen Trabajo, Ojas! Hehehehe... LOL... Kevin? Was? Siehst du das? Ich glaube das ist ne Falle. Was? Ja! Leute! Aber nicht für uns! Genau! Naja er hilft den Leuten und er fliegt und er hilft den Leuten! What the fuck? Scharf! Ja aber... Klaaaaaa! Was ist mit ihm? No breakfast! Der wird nicht gekickt, das ist ja klar. Wurdest du gekickt? Nö. Also. Ich hätte auch niemanden gerammt. Oh oh! Hey! War das ein Sound? Weil es ist elbstig. Na dann finde ich das immer mit oh oh an. So! Wir brauchen dich nicht mehr! Wie ein Side-Loop wegfliegt. 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 Jaha! Wie ein Side-Loop wegfliegt. Wird wir nicht mehr in die Loop wegfliegt. Dudeludeludel, dudeludel, 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 dudeludel. Ich würde das zu gerne clipen ab. Man kann das nicht wieder empfehlen. Man kann das für kein Video verwenden. Weil es einfach komplett rassistisch ist. Unten unten. Nice! Das ist das falsche Unten. Das ist das Ressute Unten. Weißt du, du defusen? Ich hab das mal geklippt. Jetzt kommt Werbung. Munch, munch, crunch, crunch, munchy, munchy, crunchy, crunchy. Ja? Was starrt der Fett, sag mich denn so an? Der gehörensohn kommt sofort auf den Tube Launch, der ist schnell aber hier. Mach ne Fliege! Kannst du mal Toke schlagen? Ey! Dennis, der macht das, das weißt du! Was macht Dennis? Was macht Dennis? Er macht den Emotional Dennis. Emotional Dennis. Nein, ich bin in den Flur. Dennis. Nein. Du hörst was? Vergiss das. Nein. Hau ab. Verfiss dich. Ah, sein Bruder kommt gerade um ihn alle reingeschaut. Dennis fickt dich. Ich glaub Dennis hat jetzt eine eigene kleine Alexa gefunden, die mehr kann als das Ding von Amazon. Lass mal nochmal ein. Nehm mich doch auch gern. Ey, jemand fehlt noch. Ich glaub der Robin fehlt noch. Ne, ich hab's schon gemacht. Lol. Hast du's gesehen Daniel? Du bist hier gerade aneinander gerannt. Ja. Ja lol. Hey, was sollt's? Auwa! Ich hab alle aus der WhatsApp-Kombs-Badgegeweifestet. Junge! Diese Lava sieht irgendwie aus wie ein riesiger. Da. Pimm. Ich bin nicht. Kuss Dings. Wo Robin belästigt wurde. Wird belästigt. Too much info. Okay. Niemand aus sich pisst in meine Wohnung. Warum nicht mal? Ich pisst in meine Wohnung. Normale Menschen gehen dafür auf den Lektor. Apropos Pissen. Was eklig war. Eine neue Mitarbeiterin bei uns. Bote Überleitung, Bro. Eine neue Mitarbeiterin sollte bei uns einen Schnelltest machen, klar. Und dann... Pisst die einfach auf den Schnelltest drauf. Warum? Hat die keinen Plan, wie sowas funktioniert? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das ein Schwangerschaftstest, Robin. Okay, cool. Poké, komm hierher, dann kannst du dich heilen. Oh, oh man. Da ist oh man. Danke schön. Heide. Ich bin alle. Im Glück habe ich dich geheilt. Ich meine, ich habe Phoenix nämlich aufs Maul gegeben. Nein. Und ich habe allen aufs Maul gegeben. Ja, bis auf um. Oben hat Minus 34. Das stimmt nicht. Nice. Das hast du allen aufs Maul gegeben. Und du was machst du, in dem Mega leicht abzuschießen? Wenn ich loslege. Wenn ich auf Klo gehe, riecht dich ab, suche ich dir. Aber ist alle fertig. Uhu. Ich komme nicht hinterher, Mann. Darf Kevin kommen? Darf Kevin zum Spielen kommen? Darf Kevin kommen? Und für was? Warte mal, was ist jetzt? Hallo. Was? Was? Also darf er? Also darf er? Ja. Hä? Kevin darf kommen. Ja. Junge. Junge. Bin ich verwirrt. Ja. Oh, den kommt rum, ne? Hä? Nihal. Junge, ich bin so verwirrt. Ich war halb am Schlaf gerade. Hä? Junge, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Ja, danke. Ich auch. Ja, bleibt noch vor uns stehen. Hey, wir haben jetzt sogar Leute hinten drin im Auto. Ähm. Sollten wir die vielleicht mal rauslassen? Ja, haben wir vielleicht ne Idee. Äh. Sorry, da hab ich euch mitgenommen. Äh. Bitteschön. Oh, der Finger. Ich muss das weiter wollen, wenn wir das fach werden. Nein. Lalalala. 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 Lalalalalala. 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 Nein. Wie genau hast du das überlebt? Digga, ich überfrag's einfach gar nicht. Ich bin eigentlich auf dem Spot. Also normalerweise sollst du nicht von da kommen. Ich bin auf A gegangen. Nö. Warum geht denn jetzt mein Monitor aus? Nein. Kannst du mit deinem C4 dann hinrußen? Dein C4 hinrußen? Ja. 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 Geil. What the fuck? Oh, zeigst du dich? Wappen! Hinter mir! Hä? Häh? 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 1. 1. 3. 3. 3. 5. 4. 5. 5. Klappe! Jetzt defuse doch man! Ja, jetzt defuse. Defuse hier gar nichts. Jetzt! Was? Was? Das warst du die ganze Zeit da? Nein! Das war ja so geil, ey. Dazu zu schauen. Das warst du doch echt die ganze Zeit? Ja. Wie geht das? Ja da weg, wie wenn man die Tankstelle in die Luft gejagt hat. Oh. Oh man. So ein bisschen. Äh. 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 I play this and I'll be my leg. And I'll help him with that. My leg. Helikopter, Helikopter. Oh man. 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 Ihr geht jetzt besser auch. Ich meine, ihr schaltet jetzt besser ab. Ich meine, ihr schaltet jetzt besser ab. Ich erwarte nichts und bin dennoch enttäuscht. Ja, ganz sicher.